hallo zu einer weiteren folge von e meise heute haben wir etwas ganz besonderes ausprobiert und zwar das wichtige thema beim thema elektroauto ist ja immer das thema emissionen also alle reden immer von null emissions auto und ob das ding jetzt irgendwelche abgase hat oder lokal emissionen erzeugt dabei wird finde ich sehr oft das thema lärm emissionen vergessen lärm emissionen ist für mich persönlich bzw für uns hier ein relativ wichtiges thema einfach aus einem grund wir wohnen hier wirklich mitten auf dem dorf auch mitten im dorf in einer zone 30 ist aber eine durchgangsstraße und hier fährt leider so gut wie niemand 30 und die leute fahren relativ schnell also mit mindestens 50 km h durch die straße das wäre die eine sache über die man sich ärgern kann die andere sache ist aber dass das ganze einfach wahnsinnig laut ist ja man muss sagen unser haus steht wirklich direkt vorne an der straße und wir haben vor zehn jahren das haus gebaut das heißt die die verglasungen in den fenstern sind schon eigentlich ziemlich gut und schlucken doch relativ viel lärm aber tatsächlich ist es so dass wir hier doch sehr oft sehr viel verkehrslärm haben und dass das ärgert an das stört ein und darum sind elektroautos für uns auch wirklich nicht nur im thema abgas und also die die feinstaub emissionen und diese ganzen sachen für uns ein wichtiges thema sondern tatsächlich auch beim lärm deshalb habe ich heute mal einen kleinen versuch gemacht und zwar habe ich draußen direkt an der straße also wirklich direkt vor unserer haustür eine kleine versuchseinrichtung aufgebaut das ipad habe ich verwendet um eine dezibel messung durchzuführen das ist jetzt nicht hochwissenschaftlich das hat bestimmt gibt bestimmt bessere geräte um das zu machen mit besseren mikrofonen und wir hatten heute auch noch ein riesen problem und das war das thema wind heute war es sehr sehr windig aber ich wollte den versuch unbedingt heute machen weil wir haben jetzt gerade noch alle drei autos zur verfügung also sprich den alten renomodus den diesel dann meinen seat altea und eben ganz neu die soe ja ich habe soe gesagt ich wurde ermahnt oder belehrt dass das ganze nicht soe heißt sondern soe ihr verzeiht mir bitte dass wir sehr oft soe sagen wir sind hier im badischen und trotz unserer frankreich nähe fällt es uns manchmal ein bisschen schwer soe zu sagen ok zurück zum thema ja ich habe also das ipad aufgebaut um eine lärmmessung zu machen dann bin ich einfach mit strikt tempo 30 durchgefahren an dem ganzen habe das gefilmt mit zwei kameras im auto noch mit einer kamera die geschwindigkeit gefilmt und habe dann einfach gemessen wie laut ist das ganze das habe ich mit allen drei autos gemacht und mit der soe und dem seat habe ich auch einen anfahrt test gemacht sprich aus dem stand motor quasi anlassen beim elektroauto passiert da gar nichts und dann losfahren ja ich habe das ganze gefilmt mit mehreren kameras und jetzt seht ihr das ergebnis auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017